Hallo Leute draußen, hier ist der Einzige im Wanderer mit einem, wie ich finde, etwas für mich lustigen Artikel. Den werde ich euch mal vorstellen, was ich daran so lustig finde. Diskriminierend und rassistisch auf der jungen Freiheit. Studie der Universität Rostock zu farbigem Fernsehen ruft Empörung hervor. Rostock. Eine Studie des Instituts für Medienforschung an der Universität Rostock bei Migranten im deutschen Fernsehen hat für Empörung gesorgt. Da die Macherpersonen in einer Tabelle nach ethischen Merkmalen ordneten, ernteten sie Rassismusvorwürfe. Die Kategorisierung eines Menschen anhand fragwürdiger äußerer Merkmale in eine ebenso fragwürdige Typologie ist wissenschaftlich betrachtet vollkommener Unsinn. Man kann niemanden anhand der Haut, Haar oder Augenfarbe einer Region oder einer ethnischen Gruppe zuordnen, sagt die Ethnologin Susanne Schröter der Bild-Zeitung. Aha, ist das so? Ja gut, wenn ich Weltwert alles vermische, mag das wohl sein. Aber normalerweise muss ich im Schnitt davon ausgehen, wenn jemand schwarz ist, dann würde er eher Richtung Afrikaner gehen als Richtung Europäer. Aber das ist wahrscheinlich reaktionär und rassistisch von mir, schätze ich. Im Schnitt, sage ich wohl, ist mir auch klar, dass auch Schwarze in Deutschland leben. Nichtsdestotrotz ist es doch ein ethnischer, eher, auch wenn Afrika sehr verschiedenartig ist, afrikanischer Hintergrund als vielleicht ein, was weiß ich, asiatischer Hintergrund. Und ich finde das immer noch relativ logisch, auch wenn sich genetisch kaum Unterschiede zeigen, ist doch der äußere Typus eines Menschen, meiner Ansicht nach, zu unterscheiden. Damit diskriminiere ich ja auch nicht, bin auch nicht böseartig und werte niemanden ab. Es ist einfach nur so, dass mir auffällt, wenn jemand schwarz ist und jemand weiß, dann sieht man das halt schon. Nicht wahr? Gut, aber wahrscheinlich bin ich, wie gesagt, ein reaktionärer Muckel. So etwas geschehe auch in der Zuschreibung von außen nicht. Und das Ganze sei hochgradig konstruiert, bar jeglich empirischer, überprüfbarer Grundlage und politisch nichts anderes als ein paternalistischer, neuer Rassismus. Okay, damit ist klar, die Frau ist eine linksextreme Aktivistin, bei dem Mist, der hier geschrieben wird. Also, Zuschreibung von außen. Nee, wenn ich schwarz bin, bin ich halt schwarz. Das ist mir nicht zugeschrieben, sondern das ist dann halt so. Nicht wahr? Also es sei denn, ich möchte uns ganz Philosophische abdriften und alles als unwirklich ansehen. Aber bar jeglicher, empirisch überprüfbare Grundlage? Und Rassismus bedeutet immer Diskriminierung und Leute abwerten. Denn, ähm, ich unterscheide ja nur anhand von Merkmalen. Naja, egal. Aber es geht natürlich noch weiter. Der Historiker Jörg Babrovski nannte die Methodik der Studie Diskriminierend und Rassistisch. Das erinnere ihn an die findeste Epoche des 20. Jahrhunderts. Rostocker Studie beklagt zu geringen Frauenanteilen. Die Hochschule rechtfertigte die Praxis der Untersuchung. Wir haben mit unserer Methode die Forderung von Antidiskriminierungsaktivisten erfüllt, ihre Marginalisierung sichtbar zu machen. Denn die Diskriminierung, die Schwarze und POC, People of Color, Personen im echten Leben erfahren, macht sich eben genau an Zuschreibungen von Äußerlichkeiten fest. Ist immer lustig, dass es hier Zuschreibungen sind von Äußerlichkeiten. Nee, es sind Äußerlichkeiten. Ich schreibe mir nicht zu, dass jemand weiß oder schwarz ist, sondern er ist weiß oder schwarz. Punkt. Es sei denn, er schminkt sich und macht sich einen Spaß draus. Wie vielleicht Tim Kellner, der auch eine People of Color ist, laut eigener Aussage. Aber das sind keine Zuschreibungen dieser Äußerlichkeiten, sondern sie sind sichtbar und da. Sie sind realistisch. Gut, wie dem auch sei. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Farbig im TV-Programm unterrepräsentiert sind. Moment. Was heißt denn hier unterrepräsentiert? Gibt es denn eine Vorschrift, wie viel Prozent der Bevölkerung, sozusagen der verschiedenen Gruppen der Bevölkerung, die es ja aber offensichtlich laut der oberen Aussage gar nicht gibt, weil es sind ja alles nur Zuschreibungen, wie viel da im Fernsehen sein müssen? Gibt es da eine Mindestquote? Und wenn ja, wer hat die festgelegt und nach welchen Regeln? Nach welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen? So haben laut der Erhebung 11 Prozent der Hauptfiguren einen Migrationshintergrund, wobei ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung bei 26 Prozent liegt. Farbige, die 10 Prozent der Bevölkerung stellten, machen nur 5 Prozent der Protagonisten aus. Aha. Das heißt, wir möchten uns solche Blumen hier sagen, wenn also 26 Prozent Migrationshintergrund haben und da muss ich noch dazu sagen, es gibt noch Doppelpassler, also es sind weit mehr als 26 Prozent wahrscheinlich, da müssen also auch 26 Prozent im Fernsehen vorkommen. Aha. Okay. Farbige, die 10 Prozent der Bevölkerung stellten, macht nur 5 Prozent der Protagonisten. Wir haben ja so 10 Prozent Farbige hier. Gut, ich frage mich auch, wo die Zahlen immer so herkommen, aber okay. Aus einer migrationskritischen Sicht, die nicht diskriminierend ist, finde ich das bedenklich. Wie dem auch sei, diese Prozente, die hier genannt werden, sind natürlich Banane. Wer hat in Normati festgelegt, dass das Fernsehen den Schnitt der Bevölkerung darlegen muss oder darstellen muss? Was soll ich denn machen, wenn ich einen Film über Slaverei drehe in der Dokumentation? Kann ich wohl auch schlecht den Anteil an Weißen erhöhen? Macht keinen Sinn, ne? Merkt das selber. Also, ähm, das ist halt ein, das ist ein, wie soll ich sagen, ein normativer Grabenkampf hier. Und, ähm, dieses Normative wird sozusagen festgelegt von diesen Aktivistinnen von Links und Aktivisten. Die behaupten einfach so, dass es so sein müsste. Das hat nicht jemand abgesegnet, nicht jemand beschlossen. Ja, es gibt auch überhaupt keine wissenschaftliche Begründung dafür oder so. Die gehen einfach hin und sagen, das muss so sein, weil wir sagen das jetzt und tun so, als wäre es sozusagen common sense. Ist es aber nicht. Muss nicht sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Serie über ein kleines Dorf in Brandenburg drehe, wo vielleicht kein Schwarzer lebt, muss ich dann einen Schwarzen trotzdem prozentual reinpacken, weil es halt so gefordert wird? Macht das dann Sinn? Wenn ich über eine türkische Community etwas mache, muss ich dann trotzdem zwei Drittel, äh, sag ich mal, so Bio-Deutsche reinnehmen? Oder wie ist das? Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Im Oktober 2020 kritisierte eine Untersuchung der Universität Rostock, dass Frauenbilder in Streaming-Serien keine große Vielfalt aufweisen. Weibliche Charaktere in den Produktionen von Netflix, Amazon Prime und Sky seien demnach meist jung, schlank und leicht bekleidet. Da habe ich kein Problem mit, ehrlich gesagt. Zudem hätten sie eher Berufe wie Verkäuferin, Lehrerin oder Krankenschwester ausgeübt, statt als Politikerin oder Naturwissenschaftlerin zu arbeiten. So, also, jetzt nehmen wir doch mal eure eigenen Begründungen. Ihr wollt ja offensichtlich, dass es die prozentuale Verteilung der Bevölkerung abbildet. So, Quizfrage. Sind im Schnitt mehr Frauen Politikerin und Naturwissenschaftlerin oder mehr Krankenschwester, Lehrerin und Verkäuferin? Aha, merkt er selber, ne? Also, hier ist es so, dass man sich lustigerweise in seine eigene Argumentation verstrickt. Jetzt komme ich mal zur Konklusion. Es ist so wunderbar, das hier zu sehen. Man muss diesen linken Aktivisten nur lang genug zuhören, dann widersprechen sie sich einfach selbst. Also, hier gibt es Leute, die wollen auf die angebliche Diskriminierung von People of Color, die ja so amerikanisch konstruiert und definiert sind, hinweisen. Und auf die ungerechte Situation in Deutschland, ja? Und auf diesen angeblichen Rassismus der Deutschen, dass diese Leute unterrepräsentiert sind und kriegen jetzt von ihrer eigenen Fraktion, die sie eigentlich vertreten wollen, voll ein übergebraten. Sie wären rassistisch, weil sie sozusagen nach so bösartigen ethnischen Merkmalen ordnen, ja? Ja, das Lustige ist aber, dass diese Aktivisten, die das kritisieren, ja selber nach diesen äußerlichen Typologien gehen. Denn wie definiere ich denn People of Color? Das sind doch die Leute, die kommen und sagen, das ist eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft hier. Das sind doch genau die Sarah Lees, oder wie die Tuse heißt. Die benutzen doch das, die teilen das doch so ein. Ich bin hier rumgelaufen und habe die Welt in schwarz und weiß angeteilt. Nein, diese Leute machen das. Die teilen in Hispanics oder Latinos und in Blacks und Whites ein. Diese Leute in Amerika, genau die machen das. Die machen dieses Fass auf und die teilen nach Äußerlichkeiten. Denn wie komme ich denn sonst zu einer Definition von Pock, People of Color, ja? Außerdem sind die Sachen, die sie da definieren, sowieso völlig inkonsequent. Was ist denn White? Sind Türken auch White? Oder sind Whites nur die bösen Westlichen, ja? Also die Leute, die man kritisieren muss, weil man von Selbsthass zerfressen ist. Was ist mit Arabern? Sind die White? Oder wie oder nicht, oder was? Wie ist denn das? Interessante Frage, ne? Also, A ist das völlig Banane, was sie hier machen, in ihrer Zuteilung ihrer Welt, die sie aufziehen. Die wahren Rassisten sind nämlich genau diese Aktivisten, weil die die Welt so einteilen. Und gleichzeitig widersprechen sie sich in Argumentationen selber. Und dann zerfleischen sie sich selber, weil an den gleichen Maßstäben, an denen die sonst messen, um die bösen, weißen, alten Männer niederzumachen, an den Maßstäben kommen jetzt Leute und wollen damit Diskriminierung nachweisen, die natürlich Schwachsinn ist, und kriegen von ihrer eigenen Community einen über Dates, ja? Sie benutzen die gleiche Argumentation wie die Aktivisten und kriegen von denen einen Rassismus vorgeworfen. Das ist eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich hochgradig lustig. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also, tja, auf der einen Seite, wenn man hier Leute dissen kann, die bösen, weißen, dann ist es okay, das zu machen. Wenn man auf Diskriminierung hinweisen will, angeblich auf einmal nicht mehr, dann gibt es einen drüber, weil man die gleiche Methodik benutzt, die Leute nach Äußerlichkeiten einteilt. Das ist so verrückt, dazu fällt mir auch nichts mehr ein. Es wäre toll, wenn ihr meinen Kanal teilt, wenn ihr mich pusht, wenn ihr mir ein Abo gebt und wenn ihr auch auf den Wandernden Wolf geht, das ist mein Zweitkanal, bitte auch da ein Abo und gerne auch auf den alternativen Kanälen, es wäre super toll. Kommt in meine Webinargruppe Wandererswebinare für eure persönliche Entwicklung. Ich biete da Webinare an, bin ja auch Coach und, ja, auch erfahrener Dozent und Consultant. Von daher guckt da einfach mal rein, wenn ihr was zu verschiedenen Themen hören wollt. Ich mache da was über Kommunikation, Resilienz oder sonst was. Kulturkanal habe ich auch noch, Volkes Seele, der ist im Augenblick ein bisschen pausiert. Da werden aber wieder neue Gedichte und neue Lieder kommen nach einer Zeit. Ja, ansonsten vielen Dank. Leider muss ich euch sagen, dass die Kommentarsituation auf meinem Kanal katastrophal ist. Es werden also grundsätzlich so nur 75% der Kommentare angezeigt, die da sind. Ich habe keine Möglichkeit, sie freizuschalten. Nee, schlimmer noch, früher habe ich sie noch zu sehen bekommen. Inzwischen sehe ich die nicht mehr. Wenn ihr kommentieren wollt, geht auf Frey 3 oder Odyssey. Da geht es ohne Probleme. Wie gesagt, ansonsten teilen, teilen, teilen. Push mich ein bisschen. Ich möchte irgendwann die 10k erreichen. Und im Augenblick bin ich leider gerade mal bei 9100. Von daher freue ich mich über Unterstützung und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Bleibt mir gewogen. Okay. Vielen Dank.